Das Bauwerk ist vollendet. Aber ja, sowieso kann ich hier echt gerade Ruhe und Frieden genießen. Gibt es Arbeit? Wird gemacht. Das Gebäude ist fertig. Wobei, sieben weitere Arbeiter. Wobei, jetzt mal sechs Steinbetts und Mondsilbersammler. Wobei, jetzt mal sechs. Wobei, jetzt mal sechs. Wobei, jetzt mal sechs. Und ich werde noch ein paar Türme bauen, sicher ist sicher. Oder erst mal gucken, dass ich die Infrastruktur der Elfen aufbaue. Er wünscht. Und die der Zwerge. Also am besten gleich noch einen Arbeiterin. Die Rune ruft. Habe ich die Belagerungswaffen der Zwerge eigentlich schon? Gerade mal gucken. Ja. Passt auf. Ich glaube, ein Angriff steht bevor. Gut. Gut. Ähm. Ich hätte sogar ein Eisenlager errichten. Okay. Hier ist übrigens auch noch genug Platz. Jetzt. Also ja, hier wäre genug Platz dann um Zwergennahrungsproduktion zu errichten. Das Gebäude ist fertig. So. Dann brauchen wir Steinmetz. Also ja, wir errichten auch ein Eisenlager. Und jetzt aber erst einmal die Nahrung, die wir haben, nutzen, um unsere Bevölkerung zu erhöhen. Und ja, sie merkt zum Glück echt nicht, wie ich direkt vor ihrer Haustüre stehe. Beziehungsweise wie ich mich hinter ihnen einliste, während sie hier vorne alles besetzen. Das Gebäude ist fertig. Das heißt, ich kann mir schön alles zurückholen. Kann da die ganzen Truppen hier oben zerreiben. So, ich brauche gleich Mondsilber. Ohne der alten habe ich. Ah ja, ich habe vergessen. Das Eisenlager ist ein riesiges Gebäude. So sei es. Er wünscht. Und los. Ja, Waffenkammer, Eisenlager. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Das gleich mal aus. Äh, gleich mal verbessern. Weil hier ist alles Waldgebiet. Auch wenn es Dschungel ist. Dschungel ist trotzdem irgendwie Wald. Ach, hei. Das Bauwerk ist vollendet. Und mir fällt gerade so auf, wir überziehen wieder total. Okay, das heißt, wir machen noch die Folge fertig. Ich war jetzt so sehr im... Ich höre unterwegs. Baurausch. Eine meiner leichtesten Übungen. Und los. Niet half zur Ehre. Schon unterwegs. Okay, dann packen wir die Schütze. So sei es. Und das mittlere Haupthaus können wir hierhin packen. Spuckt in die Hände, Männer! Und die Biene hierhin. Prisch ans Werk. So. Eine Einheit wurde aufgewertet. Das Bauwerk ist vollendet. So. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die Waffenkammer und die Elendhaien. Meine heilige Pflicht. Okay. Eine Schmiede. Ein Elendhain. Zum Ruhme Ahrens. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Und dann noch ein Förster. Das Gebäude ist fertig. Eine Einheit wurde aufgewertet. So. Ihr braucht erst mal, wobei ihr habt genug Steine glaube ich. Das Bauwerk ist vollendet. Genau. Für die Mondsilberhalle. Nicht half zur Ehre. Das Bauwerk ist vollendet. Und euch brauche ich für den Förster jetzt. Den errichten wir hier. Ja. Gut. Jetzt bleiben eigentlich nur noch die beiden Upgrades hier. Die brauchen wir aber erstmal nicht so dringend, weil wir brauchen das Lenya. hier oben ist leider kein Lenya nirgends. Das heißt, wir werden mit ein paar wenigen Windschützen auskommen müssen. Oder doch ein paar Wanderinnen. Ja. So, hier ist genug Platz für Schweinezuchten dann. Und dann, dass wir unsere Nahrung mehr boosten können. So. Gehen wir jetzt noch die große Waffenkammer. Kniethalf zur Ehre. In Auftrag. Also ja, es ist gut, dass wir es hier grad schön ruhig haben. So, ich würde sagen aber, dass wir hier an dieser Stelle mal speichern. Erstmal noch das Backup überspeichern. Und dann hier einen Cut machen. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.